Oh, warte, wo ist er eben hier hin? Ach, gegen das Papier. Eine Runde hat sie in Ehren erfüllt. Das war mit gleicher Geschwindigkeit. Einfach durchlofen lassen. Also nicht keine Pulle, aber entlofen lassen. Also ich verändere jetzt keinen Hebel und versuche mal, das ruhig zu halten. So, nun wird es so langsamer. Nun kann es sein, dass es mehr Dampf verbraucht, wie du fährst. Siehst du, ja? Ja, wir können ja dann mal, wenn man hier rumkommt, nochmal an den Dampfregler ein bisschen stellen. An den Gashebel würde ich ein bisschen weniger machen. Weißt du, aber das Überdruckventil kommt ja nicht. Sonst würde ja, wenn zu viel Druck erzeugt wird, weißt du, ja? Ja. Dann müsste das Überdruckventil kommen. Also jetzt bin ich am Anschlag. Ja. Und jetzt muss das? Ja, der Muskel oder jetzt? Ja, die Erschwindigkeit sollst du aber nicht mal anders sein. Wollen wir mal? Ne, das auch noch ein bisschen. Ne. Was, jetzt sind wir nahe hin und zu kurz? Ne. Ne, das ist gut. Hm. Wenn es kalte Wetter ist, dann siehst du das ja, weißt du, ja? Wenn es richtig heiß ist, dann siehst du da oben die Dampf ja nicht. Ja, jetzt mach ich erst mal ja nichts. Hm? Das ist jetzt... Nehme ich hier mit. Sehen. Na hier, mit dem Dampfregler. Damit sollst du mir die Geschwindigkeit einschalten. Hier machst du ja nur vorwärts und rückwärts. Na nee, du kannst mit dem, was du da machst, auch die Geschwindigkeit regeln. Ja. Ne, ich liebe es nicht. Okay. Wenn ich durch oder du gehe zurück. Fick mal. Ich bin zurück. Das klappt schon. Das ist jetzt... Das ist wirklich hier die Frage. Was ist hier Sache? Oder seit weniger? Wollen wir mal nach oben gehen? Was? Verändern nichts, der kann bloß da... Verändern nichts. Das wissen wir jetzt mal, ausgeben wir. Das passt auch nicht ausschalten die Sender. Nein, nee... Dann hast du ja keine Kontrolle mehr. Nein... Dann schießt sie mir los wie noch was geht. Dann, siehst du? Ja. Ja. Ich bin immer noch alleine. So, jetzt hält's er. Also, der Throne fehlt jetzt, diese Dampfgeräusche einer Dampflok. So, dann müssen wir noch mal. So, wird's nicht mehr. Das ist nur ein Rückschatzmann. Rückschatz wird besser, dann läuft's noch. Mal auf der Tür. Ich frage mich jetzt, warum die Funktion...